Ja, hallo! Ich freue mich wieder hier zu sein. Mein Name ist Silke Kairath, ich bin Engel-Medium und Hellseherin. Und wir sind bei der Blitzrunde. Wie gesagt, ich arbeite mit verschiedenen Mädchen, die im Wasserschau, eine haltertümische Methode, über das Wasser zu sehen, in dem Wasser zu sehen, in die Zukunft. Oder auch meine Skat-Karten. Jawohl! Und der Hauptaugenmerk in meiner Arbeit ist eigentlich das Channeling. Ich channel Botschaften der geistigen Welt und empfange Botschaften der Engel. Ja, wie gesagt, ich freue mich hier zu sein, freue mich auf eine schöne Stunde und wir schauen mal. Ein wichtiges Thema war auch mal für mich nochmal anzusprechen, die Leichtigkeit im Leben. Viele, viele Kunden sagen mir, dass die Leichtigkeit einfach fehlt. Und da habe ich noch ganz, ganz viele Tipps für euch, wo man schauen könnte, wie bekomme ich die Leichtigkeit in mein Leben? Auch da können euch die Engel behilflich sein. Ihr müsst sie einfach darum bitten. Jeder Mensch hat einen Schutzengel, jeder Mensch ist zugänglich für die Engel, die Engel für jeden Mensch zugänglich. Probiert das einfach aus. Ja, kurz zu mir nochmal. Wie gesagt, ich arbeite mit Wasser, mit der Wasserschau, mit den Skat-Karten. Und, ja, hallo, Silke hier. Ja, hallo, hier ist die Karin. Hallo Karin, was kann ich tun? Ich hätte gerne ein Highlight. Ein Highlight. Okay, da schauen wir mal rein. Bei dir habe ich die schöne Begegnung. Aha. Die schöne Begegnung, also die auch von Dauer sein wird, wo sich eventuell auch eine Freundschaft daraus entwickeln könnte. Freu dich drauf. Ja, danke schön. Danke, alles Liebe. Tschüss. So, die Silke hier, hallo. Ja, guten Morgen, hier ist die Hella. Guten Morgen. Ich hätte gerne die Wasserschau. Ja, da schauen wir rein. Also, da kann ich jetzt wahrnehmen, dass gute Gespräche auf dich zukommen, weil das ist ein Thema, wo dich sehr beschäftigt in deinem Leben. Gute Gespräche, tiefe Gespräche. Ja. Ja, und das kriege ich auch so gesagt von Ärzte Gabriel. Er sagt mir, hier ist vorgesehen für dich definitiv die guten Gespräche. Alles Liebe für dich. Gut, danke schön. Gerne, tschüss. Ja, hallo, Silke hier. Ja, guten Tag, hier ist Heitrun. Hallo, Heitrun. Ich hätte gerne die Wasserschau machen. Ja, sehr gerne. So. Bei dir habe ich die Versöhnung liegen. Also, ich sehe ganz klar, dass du dich versöhnen wirst mit jemandem. Freu dich drauf, ja? Mhm. Lass dich überraschen. Dankeschön. Gerne. Alles Liebe. Tschüss. Ja, Silke hier, hallo. Ja, hallo, die Maria. Hallo, Maria. Ich grüße dich. Was kann ich tun? Ich hätte gerne mein Highlight, bitte. Dein Highlight. Wir schauen mal rein. Was bekomme ich gesagt für dich? Das freudige Ereignis. Also, es liegt mir so wie eine Einladung, ja? Ja. Irgendwas Festliches bekommt, wo du wunderbar dich ganz sehr, sehr wohl fühlst. Ja. Schön. Ja. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Danke, tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, hier ist die Ursula. Ich hätte gerne Botschaft mit meiner Engel. Ja, aber kommst du, Ursula. Wir hören mal rein. Erzengel Gabriel sagt mir, du solltest öfter auf dich schauen, dir öfter etwas Gutes tun. Du bist zu oft bei anderen, willst anderen Gutes tun und vergiss dich dabei selbst. Alles Liebe, tschüss. Danke. Tschüss, tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, Silke, hier ist Maria. Hallo, Maria. Was kann ich tun? Ich hätte gern was erlesen, bitte. Ja, wir schauen rein. So, Maria. Hier habe ich das Treffen auch bei dir liegen. Ein schönes Treffen, wo du noch lange drüber nachdenkst und es dir Freude bringt. Alles Liebe dir, tschüss. Danke schön, tschüss. Silke hier, hallo. Guten Morgen, Diana. So ein Highlight, bitte. Dein Highlight, ja. Ich schaue dir rein. Die Versöhnung habe ich bei dir liegen. Ja, ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Danke. Silke hier, hallo. Guten Morgen, Silke, Dagmar hier. Dagmar, hallo. Hallo, ich hätte gerne bitte die Wasserschau. Ja, gerne. So. Dagmar, bei dir habe ich die Aussprache. Und das wird dir sehr, sehr gut tun. Es ist etwas, was dir auf der Seele brennt. Die Aussprache mit einer Person. Alles Liebe, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Silke hier, hallo. Hier ist die Eva, hallo. Hallo. Die Wasserschau, bitte. Ja, machen wir. Die Einladung, eine besondere Einladung. Freu dich drauf. Alles Liebe, tschüss. Silke hier, hallo. Schönen guten Morgen, hier ist Patricia. Hallo, guten Morgen. Ich hätte gerne die Botschaft von Ihnen oder von dir. Ja, dann merke ich schon mal rein. Hier kriege ich gesagt, dass jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt und sich etwas Näheres entwickelt. Freundschaft. Ja, freu dich drauf, ja? Ja, alles klar. Danke. Gerne, tschüss. Silke hier, hallo. Ja, hallo, da ist die Karin. Hallo. Ich hätte gerne die Botschaft, bitte. Jawohl. Wir schauen hier ins Wasser. Die Versöhnung habe ich hier auch bei dir, die Versöhnung. Ja, freu dich drauf. Tschüss. Ja, danke schön, tschüss. Gerne. Silke hier, hallo. Hallo, Diana, ich bitte um die Botschaft. Ja, gerne. Bei dir bekomme ich gesagt, die gute Veränderung. Lass dich überraschen. Ja, danke, tschüss. Danke, danke. Silke hier, hallo. Ja, hallo, guten Morgen, hier ist Angelika. Hallo. Ich hätte gerne die Wasserschau. Ja, schauen wir rein. Die Freundschaft. Es kommt jemand auf dich zu, wo sich eine Freundschaft entwickelt. Alles Liebe dir. Danke, tschüss. Silke hier, hallo. Ja, hier ist Elke. Guten Morgen. Hallo. Ich möchte gerne ein Highlight. Ein Highlight. Wir schauen. Bei dir habe ich auch die Freundschaft, kriege ich ganz stark rein. Neue Freundschaften entstehen. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo. Hallo, Silke. Hier ist Maria nochmal. Ja. Ich hätte gerne die Botschaft, bitte. Ja, bekommst du. Erzengel Gabriel sagt mir hier die Versöhnung. Ja? Ja. Freu dich drauf. Alles Liebe. Danke schön, tschüss. Danke schön, tschüss. Ja, bitte achtet auf das Laufband unten rechts mit den Mitmachregeln. Silke hier, hallo. Hallo, Ursula. Hallo, ich grüße dich. Ich hätte gerne ein Highlight. Ja, schaue ich mal. Das positive Treffen bekomme ich durch. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, Silke. Ich bin Claudia. Ich hätte gerne die Wasserschau, bitte. Ja, schauen wir rein. Die Einladung. Freu dich drauf. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Silke hier, hallo. Einen schönen guten Morgen. Jutta hier. Ich hätte bitte gerne eine Botschaft. Ja, schauen wir rein. Die Versöhnung bekomme ich bei dir durch. Die Versöhnung. Alles Liebe dir. Alles Liebe dir. Tschüss. Danke. Gleichfalls. Silke hier, hallo. Hallo, hier ist die Katha. Ich hätte gerne ein Highlight. Jawohl. Schauen wir rein. Neue Freundschaften. Schauen wir rein. Danke. Die Heilung. Die Heilung bekomme ich bei dir durch. Alles Liebe dir. Oh, schön. Herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo. Hier ist Andrea. Guten Morgen. Morgen. Ich möchte ein Highlight. Jawohl. Ich bekomme die Heilung auch bei dir durch. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Danke. Silke hier, hallo. Guten Morgen. Hier ist die Marianne. Hallo. Silke, ich habe eine Frage. Kannst du mal gucken, ob du siehst, wann ich mein Pflegekind wieder sehe? Wann du dein Pflegekind wieder siehst? Dann muss ich fragen, ob ich da irgendwas reinbekomme. Kleinen Moment. Also die sagen mir hier, es ist noch nichts entschieden. Kann dir dazu nichts sagen. Tut mir leid. Danke. Gerne, tschüss. Tschüss. Silke hier. Ja, guten Morgen. Morgen. Jetzt noch ihr. Hallo. Die Wasserschau, bitte. Ja. Neue Freundschaft bekomme ich bei dir durch. Ich alles Liebe dir. Danke. Gerne, tschüss. Silke hier, hallo. Ursula nochmal. Jetzt hätte ich gern die Wasserschau, bitte. Ja. Dankeschön. Gerne. Die Spiritualität. Oh, das ist toll. Ja. Alles Liebe dir. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ich drück dich. So. Ja. 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 Wir nehmen jetzt noch das Channeling dazu. Ja, Silke hier. Hallo. Guten Morgen. Hier ist die Roswitha. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Guck doch mal nach einem Highlight für mich, bitte. Ein Highlight. Ich schau dir rein. Die Zusammenkunft. Freut dich drauf. Ja. Super. Hört sich gut an. Ich danke dir. Ja, gerne. Silke hier, hallo. Hallo. Ja, hallo, Silke. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich spreche die Petra. Hallo. Hallo. Ich möchte gerne wissen, wie es beruflich bei mir weitergeht. Ob ich da bleibe, wo ich bin. Oder ob sich dieses Jahr was Neues für mich entwickelt. Da mache ich dir das Channeling. Okay. Ich channel dir da mal rein. Bitte, ja. Also, erst mal wirst du da noch bleiben. Erst mal noch, ja. Dann tun sich neue Türen auf. Alles Liebe dir. Okay. Dann werde ich also kündigen. Ja, so ist es. Alles Liebe. Danke dir. Tschüss. Für dich auch. Ciao. Silke hier, hallo. Hallo, hier ist die Claudia. Ich hätte gerne mal ein Highlight, bitte. Jawohl. Wir schauen rein. Die Spiritualität habe ich bei dir. Ganz klar. Alles Liebe dir. Danke. So, wir haben das Channeling mitgenommen. Jetzt noch ins Programm. Ja, Silke hier, hallo. Ich habe es nochmal geschafft. Ja, super. Ich hätte noch das Channeling. Ach, super. Das ist ja heute toll. Toll. Okay, ich frage rein. Ach, der Wahnsinn. Ja, schön. Fantastisch. Die Freundschaft. Habe ich bei dir. Die Freundschaft? Ja. Wunderbar. Ja, alles Liebe. Das hört sich auch gut an. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Die Freundschaftsberatung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Die Freundschaftsberatung ist nur volljährige Anrufer. Die Freundschaftsberatung ist nur volljährige Anrufer. Danke. Die Freundschaftsberatung ist nur volljährige Anrufer. Ja, danke. Ja, danke. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. So, wie gesagt, wir nehmen das Channeling jetzt noch mit ins Programm. Ich channele hier direkt mit den Engeln. Auch hier gerade Erzengel Gabriel und Michael. Und wir schauen weiter. Genau. Silke hier. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hier ist Silke. Ich würde gerne bitte meine Botschaft. Ja, bekommst du Frieden. Den Frieden mit dir selbst bekomme ich rein. Eine sehr schöne Botschaft. Alles Liebe. Okay, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Mhm. Mhm. Ja. Silke hier. Hallo. Ja, nochmal Ilke. Ja. Ich möchte jetzt eine Botschaft. Ja. Bei dir bekomme ich sofort hier rein die Familie. Familie Zusammenhalt. Das habe ich auch sofort, wie ich dich gehört habe, reinbekommen. Freue dich drauf. Familie ist so wichtig. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Mhm. Ja, Silke hier. Hallo. Und jetzt nochmal die Veronika. Hallo. Und ich würde mich über das Channeling freuen. Ja, schaue ich mal rein, Veronika. Einen kleinen Moment. Die Spiritualität. Wunderbar. Oh toll. Also du bist da im Aufstieg. Das habe ich sofort reinbekommen. Alles Liebe dir. Ich freue mich. Ja, ich auch. Tschüss. Silke hier. Hallo. Ja, Leila hier. Hallo. Ich möchte bitte die Botschaft. Gerne. Schauen wir mal rein. Oh, Wohlstand. 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 Sehr schön. Könnte in Form sein von kleinen Gewingen oder sonstiges. Lass dich überraschen. Ja, alles Liebe. Danke dir. Gerne. Tschüss. Silke hier. Hallo. Guten Morgen. Petra hier. Hallo. Ich hätte bitte gern mein Highlight. Dein Highlight. Jetzt, wir schauen rein. Partnerschaft im positiven Sinne. Also das Glück scheint dir hier ins Haus. Habe ich gleich reinbekommen. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Silke hier. Ja, gerne. Bei dir kriege ich Familie rein. Das ist etwas, was dir sehr wichtig ist und das läuft gerade richtig gut in der Zukunft. Lass dich überraschen. Alles Liebe. Wunderbar. Danke schön. Gerne. Tschüss. Silke hier. Hallo. Silke hier. Ja, guten Morgen. Hier spricht Susanne. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne das Highlight. Das Highlight. Wir schauen rein. Die Fülle. Die Fülle ist sehr, sehr gut. Gerne. Alles Liebe. Und danke schön. Tschüss. Silke hier. Hallo. Hallo, hier ist Anja. Hallo. Ich hätte gerne das Highlight. Ja, bekommst du. Partnerschaft. Habe ich auch gleich gefühlt. Ist ein Thema bei dir. Witzig alles zum Guten wenden. Alles Liebe dir. Danke. Gerne. Tschüss. Silke hier. Ja, hallo. Ja, Stefan. Guten Morgen. Ich hätte gern mein Highlight. Willkommst du. Wir schauen rein. Die Lebensfreude ist ein Thema bei dir gewesen in der Vergangenheit. Kriege ich sofort gesagt. Es wird noch besser werden. Im positiven Sinn. Alles Liebe dir. Super. Danke. Gerne. Tschüss. Silke hier. Gabriele, guten Morgen. Morgen. Hallo. Das Channeling hätte ich gern. Ja, bekommst du. Auch bei dir ganz stark bekomme ich rein. Die Spiritualität ist ein Thema bei dir. Kannst du ausbauen sonstiges. Alles Liebe dir. Dir auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Silke hier, hallo. Ja, Bärbel. Hallo, Silke. Hallo. Bitte gern das schöne Ding. Ja, bekommst du. Erzengel Michael sagt mir hier, Familie ist ein Thema bei dir. Im positiven Sinne wird es sich verändern. Alles Liebe dir. Danke dir. Tschüss. 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 Ja, Silke hier. Hallo. Hallo, Silke. Ich bin Claudia. Ich hätte gerne eine Botschaft. Bitte. Ja, bekommst du. Vitalität, Sport bekomme ich bei dir rein. Im positiven Sinne. Ja, das wird ein Thema werden für dich. Alles Liebe dir. Tschüss. Gerne. Silke hier, hallo. Guten Morgen. Hier ist Liliana. Hallo. Ja, ich weiß nicht. Channeling ohne Highlight. Ich überlasse es dir, liebe Silke. Ich krieg bei dir schon vom Channeling sofort rein. Hier Thema Partnerschaft und Liebe, ja. Eine positive Nachricht wird dich erreichen. Habe ich sofort reinbekommen. Okay. Alles Liebe, ja. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo Silke, Manuela nochmal. Ich habe mal eine Frage. Ich bin nicht in Arbeit. Kannst du mal schauen, wann du eine Veränderung siehst? Ich mache dir ein Channeling rein. Kleinen Moment. Danke. Herzengel Gabriel sagt mir, lass den Sommer vorbeigehen. Es werden sich Türen öffnen. Alles Liebe dir. Ich danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hier ist nochmal Elfriede. Hallo. Ich hätte gern jetzt mein Highlight. Ja, bekommst du. Schau rein. Die Spiritualität, ganz klar bekomme ich bei dir rein. Ist ein Thema im positiven Sinne. Alles Liebe dir, ja. So, danke. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, guten Morgen. Hier ist Erika. Hallo. Ich grüße Sie. Ich hätte gern mein Channeling. Jawoll. Bei dir bekomme ich Erholung rein. Erholung? Ja? Ja. Wellness, Erholung. Irgendeine Überraschung, wo da auf dich wartet. Alles Liebe. Danke dir. Tschüss. Silke hier, hallo. Ja, hallo. Hier ist Elisabeth. Ich hätte gerne die Botschaft. Ja, bekommst du. Bei dir kriege ich auch Familie rein. Das ist noch ein bisschen ein Thema, wo du zu bearbeiten hast. Wendet sich zum Guten. Ja? Alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, Silke. Ich hätte eine Frage. Wann kommt eine neue Liebe in mein Leben? Ich frage mal rein. Ich mache ein Channeling. Erzengel Michael habe ich gerade hier. und er sagt zu mir, in den Monaten, wo es noch warm ist. Also das liegt mir sehr, sehr nah. Lass dich überraschen, ja? So, bis dann. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Silke hier, hallo. Ja, Diana nochmal. Ja. Ja, jetzt hätte ich gern mein Highlight, bitte. Bekommst du. Wir schauen. Die Spiritualität, ganz klar. Habe ich sofort gespürt schon bei deinem ersten Satz. Okay. Es ist ein Thema für dich. Lass dich überraschen. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Ich würde mich freuen, wenn es auch ein Highlight für mich gäbe. Hier ist nochmal die Veronika. Okay, Veronika. Ich frage rein. Hier kriege ich wieder Partnerschaft bei dir. Partnerschaften der Überraschung. Alles Liebe. Wunderbar. Ich freue mich. Ciao. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, Veronika hier. Guten Morgen. Morgen. Ich hätte gerne ein Highlight, bitte. Jawoll. Danke. Die Vitalität bekomme ich rein. Im positiven Sinne. Lass dich überraschen. Alles Liebe für dich. Sehr super. Herzlichen Dank dir. Auch alles Liebe. Gerne. Danke. Tschüss. Silke hier, hallo. 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 Ja, hier ist die Christa. Hallo. Ja, ich hätte gern mein Highlight. Dein Highlight. Wir schauen. Kriege ich hier im Channeling, Erzengel Gabriel von dir rein. Für dich die Botschaft Liebe im Herz. Also du wirst Liebe erfahren die nächste Zeit. Ja? Oh, schöne Botschaft. Ja. Alles Liebe. Ganz toll. Danke schön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, so meine Lieben, ich habe hier noch mein Buch, mein Wunschbuch, ja. Also wenn ihr Wünsche habt, mein Engeltreff, mein Wunschbuch. Ich schreibe eure Wünsche hier rein bzw. den Namen und das Geburtsdatum. Mein Engeltreff ist heute Abend um 22 Uhr. Ich übergebe meine Engel dann, äh, ich übergebe dann den Engeln praktisch eure Wünsche. Keine Kerze, ihr braucht nichts. Nein. So, seht ihr? Hallo, liebe Wilke, hier spricht die Yvonne. Ja, hallo. Ich hätte gerne meine Botschaft. Ja, bekommst du. Erzähl Michael sagt mir für dich persönlich durch, habe ich auch sofort gemerkt, durch ich gehört habe, die Spiritualität ein ganz großes Thema im positiven Sinne für dich, ja. Alles Liebe. Herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Ja, alle guten Dinge sind drei. Liliana nochmal. Hallo. Ja, heute ist mein Glückstag. Ja, finde ich auch. In dein Buch möchte ich gern eingetragen werden. In mein Buch, ja, in mein Engeltreff. Ja. Gut, ähm, gib mir dein Geburtsdatum. 4.02.1973. Mhm. Und mein Name, ne? Ja. Ja, Liliana. Liliana. Okay, den Wunsch musst du nicht äußern, kannst du, kannst dir aber auch denken, die Engel wissen bescheiden. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Gerne. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo, hier Susanne. Hallo. Hallo. Hallo, ich hätte gern eine Botschaft. Ja, bekommst du. So, wir schauen. Die Spiritualität. Wow, bei dir. Auch ein großes Thema. Ja. Vorankommen in der Spiritualität. Wunderbar. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Silke hier, hallo. Ja, hallo, die Ursula nochmal. Ja. Jetzt möchte ich gerne ins Buch. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Wunscherfüllung, mein Engeltreff heute Abend um 22 Uhr. Ja. Gib mir dein Geburtsdatum. 28 12 56. Ursula war der Name. Ja, genau. Möchtest du deinen Wunsch äußern oder für dich behalten? Ich sag mal Liebe. Ja, gerne. Habe ich gemacht. Alles Liebe dir. Wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, ich Medium, Engel-Medium von klein auf, ab 4, 5 Jahre in meinem Leben, begleiten mich die Engel. Ich kann mit den Engeln kommunizieren, überbringe euch Botschaften von den Engeln. Sehr, sehr gerne. Also, Silke hier, hallo. Das ist die Sandra, hallo. Hallo. Gibt es für mich eine Botschaft? Ich frag mal rein. Ja. Erzengel Gabriel sagt zu mir, Leichtigkeit kommt zu dir. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist auch ein Thema von mir heute gerade, Leichtigkeit kommt. Alles Liebe dir, ja? Dankeschön. Tschüss. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo Silke, Veronica noch einmal. Ja. Jetzt möchte ich bitte gerne in dein Buch. Sehr, sehr gerne. In mein Engeltreffbuch. Gib mir dein Geburtstatum, bitte. Genau. 21.03.57. Ja. Vorname gerade noch einmal, bitte. Veronica. Ja, ich hatte es nicht richtig verstanden. Gut, super. Willst du deinen Wunsch noch dazuschreiben oder behältst du ihn für dich? Liebe. Liebe. Alles Liebe dir, Veronica. Muss ich heute unsere Kerzen anziehen? Nein, keine Kerzen. Ihr braucht keine Kerzen. Nein, ich mache es immer im Engeltreff. Alles Liebe und Tschüss. Okay, vielen Dank. Danke. Tschüss. Gerne. Silke hier, hallo. Hallo. Hier ist Mariana. Hallo. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich hätte gerne ein Highlight. Ein Highlight. Wir schauen mal rein, was ich für dich bekomme. Die Vitalität. Sehr gut. Ja. Perfekt. Alles Liebe. Kann ich dich mit ins Buch rein oder muss man etwas machen? Nein, natürlich nehme ich dich mit ins Boot rein. Gib mir mal das Buch. Danke. Ja, dein Geburtsdatum? 1.10.1944. Dein Wunsch? Vitalität. Sehr gut. Habe ich gemacht. Und eine neue Liebe. Ja, habe ich gemacht. Vitalität. Du brauchst keine Kerzen anzuzünden. Ja? Ja. Alles Liebe. Tschüss. Danke schön. Tschüss. So, wir gehen jetzt anonym. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die anonyme Runde hier. Wie gesagt, ich bin Engelmedium und Hellseherin. Arbeite individuell mit verschiedenen ... Also mit der Wassershow, mit den Skatkarten, ganz oft Channeling. Oder eben die Kommunikation mit den Engeln. Silke hier. Hallo? 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 Ja. Hallo. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Silke hier. Hallo? Hahaha. Super. Hahaha. Hallo. Wahnsinn. Ja. Ich mach dir kurz zum Channeling. Einen kleinen Moment. Ja. Erzengel Gabriel sagt ganz klar, ist dann noch mal jemand vorgesehen für Sie. Gerne. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Silke hier. Hallo? Guten Morgen. Morgen. Ja, gerne. Ja, gerne. Die Partnerschaft bekomme ich rein. Im positiven Sinne werden sich Veränderungen ergeben. Alles Liebe dir, ja? Haha. Tschüss. Hallo, Silke? Ja, hallo. Ja. Ja, also ich krieg gesagt, es kommt noch mal Nachricht. Du wirst von ihm hören. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo? Hallo. Hallo. Ja. Gerne. Nein, nein. Krieg ich sofort gesagt. Nein, nein. Ist alles gut. Nein, nein. Ist alles gut. Komm nix dazwischen. Nein, nein. Alles gut. Alles Liebe dir. Haha. Gerne. Zilke hier, hallo. Haha. Hallo. Guten Morgen. Haha. Ja, gerne. So, mit Wunsch. Ja. Okay, gib mir mal bitte dein Geburtsdatum. 59. Wie gesagt, keine Kerzen anzünden. Ich mache das heute Abend 22 Uhr mit meinem Engeltreff. Vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss. Zilke hier, hallo. Hallo. Ja, machen wir gerne. Die Leichtigkeit, die in dein Leben mehr und mehr kommt. Eine schöne Botschaft. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Zilke hier, hallo. Ja, gerne. Partnerschaft. Positive Wendung bekomme ich durch. Alles Liebe. Ja. Ja, gerne. Ja, mache ich. Geburtsdatum bitte. Ja, machen wir. Alles klar. Alles Liebe. Tschüss. Zilke hier, hallo. Ja, bekommst du. Mhm. Ja, bei dir habe ich sofort auch reinbekommen, wie ich deine Stimme gehört habe. Die Spiritualität ist ein Thema von dir, ja. Du bist ein sehr spirituelles Wesen. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Zilke hier, hallo. Muss ich mal reinfragen. Kleinen Moment. Also ich bekomme gesagt, es ist für dich definitiv vorgesehen, ja. Und lass den Sommer vorbeigehen. Das ist die Info. Alles Liebe dir, ja. Ja. Gerne. Tschüss. Zilke hier, hallo. Ja, hallo. Die Wasserschau ist eigentlich für mich ein Medium, wo ich dann Bilder sehen kann wie in den Karten, ja. Das ist einer vom Mittelalter, eine Methode praktisch in die Zukunft zu sehen. Ist sehr unbekannt, aber ich praktiziere das. Und das ist wie mit den Karten, nur eben jetzt mit dem Wasser. Was möchtest du wissen? Ja. Also ich krieg keinen Zeitpunkt gesagt, aber dass das für dich noch vorgesehen ist, wenn das Jahr vorbei ist, ja. Das bekomme ich gesagt. Alles Liebe dir. Wenn das Jahr vorbei ist, kommt dieser Mann auf dich zu. Alles Liebe. Tschüss. So. Silke hier, hallo. Hallo. Ja, gerne. So, dein Wunsch willst du mir nennen? Vitalität und dein Geburtsdatum bitte. Alles klar. Keine Kerzen anzünden. Ich übergib's den Engeln. Ja, in meinem Engeltreif. Alles Liebe. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo. Ja, ich frage rein. Erzengel Gabriel sagt mir hier, Partnerschaft bei dir, ein Thema, ja. Genau. Und positive Nachricht. Das ist die Botschaft für dich. Alles Liebe. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo. Hallo. Guten Morgen. 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 Ja, also ich bekomme da schon ganz klar durchgesagt, dass ich eine Lösung finden werde, ja. Auf jeden Fall. Positive Nachricht. Alles Liebe dir. Ja, also lass das Jahr vorbeigehen, ja. Alles Liebe. Tschüss. So, wie gesagt, ich bin Engelmedium und Hellseherin, kommuniziere mit der geistigen Welt, übergebe Botschaften der Engel, arbeite mit der Wassershow, mit den Skat-Karten. Und, ja, die Engel begleiten mich schon mein Leben lang. Und, ja, wer möchte eine Engelbotschaft haben, wer möchte das Wasser, wer möchte eine Nachricht der geistigen Welt? Genau. So, jetzt muss ich kurz was trinken. Silke hier, hallo? Hallo. Ja, natürlich, das geht. Gib mir dort das Geburtsdatum. Name bitte. Jawohl, habe ich gemacht. In meinem Engeltreff übergebe ich das. Und der Wunsch? Alles klar, habe ich aufgeschrieben. Vielen Dank, alles Liebe. Tschüss. Silke hier, hallo? Hallo. Ja, schaue ich rein, was ich bekomme. Die Entspannung bekomme ich bei dir durch. Ein kleines Geschenk, was mit Entspannung zu tun hat. Alles Liebe für dich. Tschüss. So, wie gesagt. Ah ja. Hallo, Silke, hier. Ja, hallo? Bekomme ich ein Ja, ein ganz klares Ja. Ja. Gerne, tschüss. Danke, tschüss. Silke hier, hallo? Ja, gerne. So, dann schauen wir. Die Partnerschaft, die positive Wendung. Alles Liebe dir. Gerne. Silke hier, hallo? Jawohl. Ja. 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 Mhm. Mhm. Alles gut, habe ich aufgeschrieben. Übergebe ich meinen Engeln heute Abend 22 Uhr in meinem Engeltreff. Und du brauchst keine Kerze anzünden. Alles Liebe dir. Tschüss. Und bitte wieder das Laufband beachten. Unten rechts. Und die Mitmachregeln. Genau. Silke hier, hallo? Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, gebe ich dir. Kleinen Moment. Die Lebensfreude. Wow. Also, die Lebensfreude kommt immer mehr auf dich zu, ja? In den nächsten Tagen. Ein freudiges Ereignis. Und sie sind bei dir. Alles Liebe dir. Danke. Ach, danke. Danke schön. Dankeschön. Silke hier, hallo? Hallo. Ja, sehr gerne. Gib mir bitte dein Geburtsdatum. Und deinen Wunsch, möchtest du denn sagen? In Ordnung. Ich übergebe es den Engeln bei meinem Engeltreff. 22 Uhr heute Abend. Du musst keine Kerze anzünden. Du bist dabei. Alles Liebe für dich. Ja. Ja. Silke hier, hallo? Hallo. Hallo. Ja. Ich frage rein. Kleinen Moment. Die positive Nachricht in der Familie. Familie ist ein Thema bei dir, kriege ich gerade durch. Ja, die positive Nachricht. Alles Liebe. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo? Hallo. Hallo. Jawohl, bekommst du. Bei dir auch die Spiritualität, die positive Wendung in dieser Sache. Das ist die Botschaft, erzählt Gabriel. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo? Super. Ja, bekommst du auch. Ich frage rein. Die Lebensfreude. Absolut die Lebensfreude. Ja, also wirklich. Du bist gesegnet. Ja, und die bekommst du jetzt wieder. Ja. Alles Liebe. Tschüss. Silke hier, hallo? Silke hier, hallo? 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 Ja, hallo. Hallo, ich grüße dich. Jawohl, bekommst du. Auch bei dir die Lebensfreude. Ein Thema, ja? Und es wird dir durch die Engel gegeben werden. Eine sehr schöne Botschaft, finde ich. Alles Liebe dir. Tschüss. So, wie gesagt, mein Name ist Silke Kairath. Ich bin Engelmedium und Hellseherin und arbeite mit verschiedenen Medien sozusagen. Mit dem Wasser, die Wasserschau oder die Skatkarten. Und ganz viel habe ich die Kommunikation mit den Engeln. Und mein Thema war heute ein bisschen die Lebensfreude auch. Viele Menschen sagen, empfiehlt die Lebensfreude. Holt euch die Engel ins Leben. Kommuniziert. Jeder hat die Chance, mit den Engeln in Kontakt zu treten. Redet mit ihnen. Ja? Und, oder liest Bücher. Macht Meditationen. Wie gesagt, die Lebensfreude zurückzuholen ins Leben. Das Leben leichter zu machen, ist sehr wichtig. Silke hier, hallo? Guten Morgen. Hallo? Moment, jetzt schaue ich dir gerade in mein Kartenbild. So, schauen wir kurz. Sieht gut aus. Wenn auch vielleicht zum anderen Zeitpunkt. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo? Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Aufgeschrieben heute, 22 Uhr bei meinem Engeltreff. Du bist dabei. Alles Liebe dir. Gerne. Tschüss. Silke hier, hallo? Hallo? Ja? Okay, da frage ich mal rein. Ich mache ein Channeling bei dir. Als Engel Gabriel sagt mir, es kommt eine Veränderung im positiven Sinne. Ja? Brauchst du keine Angst haben. Im positiven Sinne eine Veränderung. Ja, ein neuer Job vielleicht oder sonstiges. Lass dich überraschen. Alles Liebe dir. Tschüss. So, mein Buch der Wunscherfüllung. Wie gesagt, mein persönlicher Engeltreff heute Abend, 22 Uhr. Ich bin Engelmedium, treffe mich mit meinen Engeln, erfülle euch eure Wünsche, schreibe sie auf in meinem Wunschbuch und übergebe sie den Engeln. Wer möchte da noch ins Wunschbuch? Silke hier, hallo? Ja, die Friede. Guten Morgen. Ja. Ja, bitte. Mhm. Da mache ich mal ein Channeling, was ich reinbekomme. Kleinen Moment. Es wird sich zum Guten wenden. Mach dir nicht so viel Sorgen. Alles Liebe dir, ja? Ja. Gerne. Tschüss. So. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. So, und weiter geht's. Und jetzt machen wir zwei für eins. Ihr dürft euch aussuchen, mit welchem Medium ich euch die Frage beantworten soll. Ja? Silke hier, hallo? Hallo. Hallo. Ja? Ich schau dir mal rein. Die Lösung liegt nah. Das habe ich mir so auch schon gedacht, wie ich dich gehört habe. Mach dir keine Gedanken. Das wird sich auflösen. Alles Liebe dir. Gerne. Hast du noch eine Frage? Ja, 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 ja. Hallo, Silke hier? Ja. Ja. So, schau ich dir auch rein. Kriege ich ein Ja. Kriege ich ein Ja. Also definitiv, Kontakt wird kommen. Hast du noch eine Frage? Möchtest du noch was wissen? Soll ich dir noch eine andere Frage beantworten? Ja. Ja. Ich bekomme ein Ja. Sie wird's schaffen. Alles Liebe dir. Ja, ja, mhm. Gerne, alles Liebe. Tschüss. Silke hier, hallo? Hallo. Also komplett neu anfangen. Ja, da muss ich mal reinfragen. Ich mach bei dir mal ein Channeling. Kleinen Moment. Das neue Jahr wird sehr ereignisreich im Positiven für dich werden. Ja? Ja. Ja, das neue Jahr. Die erste Hälfte vom neuen Jahr. Da gibt's Veränderungen. Hast du noch eine Frage? Soll ich dir noch eine Frage? Ja, sehr gerne. Gib mir bitte dein Geburtsdatum. Mein Engel trifft. 50. Und dein Wunsch? Ja. Ui. Das ist viel. Ja, du hast das geträumt. Okay. Du bist auch ein sehr spiritueller Mensch, habe ich gleich gespürt von Energien. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja? Tschüss. Und achtet bitte auf das Laufband und die Mitmachregeln, ja? Die da drin sind. Dankeschön. So, ihr Lieben. Sucht euch zwei schöne Sachen aus von den Runden da unten. Was wollt ihr noch von mir hören? Welche Botschaft soll ich weitergeben? Das Channeling? Die Wassershow? Oder mein Buch, mein Engeltreff? Wie gesagt, heute Abend, 22 Uhr, übergebe ich das Buch mit den Wünschen meinen Engeln. Ihr braucht keine Kerze anzumachen. Ich übergebe in meinem Engeltreff eure Wünsche, die ich geschrieben habe in dem Buch. Genau. Silke hier, hallo. Und? Hallo. Ja. Ja, da schaue ich dir gerne rein. Ich nehme das Wasser. Ich kriege ein Ja, ganz klar. Weil das ist schon eine sehr starke Verbindung. Auf jeden Fall. Das spüre ich auch. Hast du noch eine Frage? Danke. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. 47. Dein Wund? Veronika, genau. Und dein Wund? Wirst du bekommen? Das spüre ich schon. Alles Liebe dir, ja? Ja, danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ach, schön. Ich freue mich immer, wenn die Leute sich auch so freuen. Ja, Silke hier. Hallo? 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 Ja? Na, das ist ein schöner Gedanke. Gib mir mal dein Geburtsdatum. Gut. Ich gebe es weiter in meinem Engeltreff. Heute Abend 22 Uhr. Du bist dabei. Hast du noch einen Wunsch? Soll ich dir noch irgendwas schauen? Was möchtest du noch wissen? Kriege ich sofort ein Ja? Kriege ich sofort ein Ja? Ja. Das ist nochmal für dich vorgesehen von der geistigen Welt. Alles Liebe, ja? Gerne. Tschüss. So, wer will noch in mein Engeltreff-Wunschbuch? Ich schreibe eure Wünsche hier rein mit dem Geburtsdatum oder ihr lasst den Wunsch nur für euch wissen. Die Engel wissen, was ihr euch wünscht, wonach ihr euch sehnt. Und ich gebe es heute Abend in meinem persönlichen Engeltreff ab. Wie gesagt, ich bin Engel-Medium und arbeite mit den Engeln, bin Hellseherin, arbeite über verschiedene, über die Karten, mit dem Wasser. Wer möchte noch anonym beraten werden? Genau. Silke hier, hallo? Ja? Hallo? 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 Ja? Ja, die bekommst du. Kleinen Moment. Oh, bei dir kriege ich auch sofort rein. Familiäre positive Veränderung. Familiär. Das kann mit Streitigkeiten oder sonstiges zusammenhängen. Familiäre positive Veränderung. Möchtest du noch eine Botschaft? Ja? 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 Mhm. Ja, gut. Ja, ja. Ich kriege es früher durch bei dir. Achte mehr auf dich, ja? Gönn dir viel mehr Leichtigkeit. Das, was ich heute schon gesagt habe, du weißt. Ja? Alles Liebe dir. Ja? Gerne, gerne. Tschüss. So, wir sind anonym. Dankeschön. Wir sind anonym noch. Silke hier, hallo? Hallo? Ja, bekommst du. Ich frage rein. Ja, auch bei dir die Leichtigkeit, die in dein Leben kommt. Hier habe ich noch die Bekanntschaft. Es sind zwei Botschaften. Die Leichtigkeit, die Bekanntschaft. Das bekomme ich für dich rein. Hast du noch eine Frage? Ja, da schaue ich dir ins Wasser. Ja, sehe ich sofort. Aber Geduld. Geht nicht von heute auf morgen, ja? Meine Liebe. Ja? Ich wünsche dir alles Liebe. Gerne. Tschüss, tschüss. So, und weiter geht's. Silke hier, hallo? 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 Ja, sehr, sehr gerne. Mein Engeltreff. Ja, gib mir dein Geburtsdatum, bitte. Möchtest du deinen Wunsch sagen oder für dich behalten? Ja, das spüre ich auch. Ja, das spüre ich auch, was du sagst. Ich habe es mit aufgenommen bei meinem Engeltreff heute, 22 Uhr. Du bist dabei. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss. So, jetzt muss ich was trinken. Silke hier, hallo? Hallo? Ich grüße dich, hallo. Ich schaue dir rein. Also, es ist definitiv noch jemand vorgesehen für dich. Bekomme ich hier gleich gezeigt. Ein großer, dunkelhaariger Mann. Kommt noch. Ja, Geduld. Also, Zeiten kann ich dir jetzt gar nicht nehmen. Kriege ich überhaupt nicht jetzt gerade gesagt. Möchtest du noch etwas wissen? Ja, gerne. Da mache ich dir ein Channeling. Es ist gleichbleibend, aber nicht in die Verschlechterung. Das kriege ich durch, ja? Ja, finde ich auch. Danke, danke. Alles Liebe. Tschüss. So, noch anonym. Wer will noch? Ja, hallo, Silke hier. Hallo? Sehr gerne. In meinem Engeltreff. Ja, sehr gerne. Gib mir dein... Ja? Ja? Dein Wunsch, möchtest du denn sagen? Vitalität. Ja, habe ich mir so gedacht. Habe ich auch so gesagt bekommen. Ich gebe es weiter in meinem Engeltreff. Auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage? Könnte ich dir noch beantworten? Ja, gerne. Ich frage rein. Passt jetzt zu dem Thema, was du mir gesagt hast. Ich habe die Überraschung in der Vitalität. Das heißt vielleicht Einladung, sonstiges Wellness oder sonstiges. Überraschung. Passt. Ja. Ja, alles Liebe. Gerne. Tschüss. Silke hier. Hallo? Morgen. Hallo? Sehr, sehr gerne. In meinem Engeltreffbuch. Gib mir dein Geburtsdatum, bitte. Ja. Und dein Wunsch, möchtest du denn sagen? Ja. 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 Alles klar. Ich habe es aufgenommen. Du bist dabei. Vielen Dank. Ja. 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 Okay. Ja. Ich mache jetzt ein XXL für den allerletzten Anrufer. Wer kommt hier durch? Und dann nehme ich mir auch noch ein bisschen mehr Zeit. Genau. Wer kommt noch durch zu mir? Die allerletzte Frage, eine XXL-Frage. Ich nehme mir dafür etwas mehr Zeit. Wer möchte noch durchkommen zu mir? Ja. Wer möchte noch durchkommen? Eine XXL-Frage. Ja. Auf jeden Fall nehme ich mir für die XXL-Frage drei, vier Minuten noch Zeit. Also eine kleine Beratung. Wer möchte noch zu mir durchgestellt werden? Letzter Anrufer. Wer möchte zu mir durchgestellt werden? So. Und ich würde mir auch mehr Zeit nehmen noch für diese Anruferin oder den Anrufer. Ja. Ja. Silke hier. Hallo. Ja. Ja, hier ist die Silvia. Ja, hallo. Hallo. So. Kleinen Moment, Silvia. Ich verabschiede mich von euch. Und es war eine sehr schöne Stunde. Bis bald. Dankeschön. So Silvia. So. Vielen Dank.